Nein! Bist du des Wahnsinns? Es war aber wieder komplett random. Hallöche Leute und herzlich willkommen im nächsten Part. Der Terror-Smash ist doch immer am Controller und ich troll ihn. Es hat Controller und wir machen Mario Galaxy da, wo wir letztes Mal aufgehört haben und so. Und voll guter Deutsch, wollte ich mal anmerken. Und ja, und wir müssen hier so Dings laufen und dann so zu dem Stern da so kommen und so. Ihr wisst, wovon ich rede. Ja. Ähm. Fanic Speed, genau. Das wollte ich sagen. Ja, und nachdem wir in der letzten Folge den geheimen... Ey! Warum... Der läuft die ganze Zeit schräg? Wunderbar auf dem Ding lang, aber wenn ich dann spring? Nö, da hat er nicht mehr. Es ist toll, dass sich die Teile bewegen. Ja. Fanic Speed! Speed! Was? Launt do drugs. Das wollte ich mal so anmerken am Rande. Ist nie ne gute Idee. Ich glaub, das war das Ding. Hä, guck! An der Stelle würdest du immer seitlich runterspringen, wenn man weiter so in der... Ähm. Nur so, ich erklär dir, woran das liegt. Die Ansicht wechselt sich genau. Ne, ne. Bei dem Sprung. Probier mal, ähm. Solange der die Kurve macht, kannst du da gleich... Auf Kurven. Ich übernehme einfach mal wieder, ja? Wir wechseln jetzt mal durch. So. Den hast du leider nicht geschafft, nur du hast nämlich getrollt. Ja, ja. Jetzt bin ich wieder schuld, Anaby, ja? Ja. Unglaublich. Fast schon wie bei Shrimp Crafter. Shrimp Crafter. Ach genau, der wird ja gerade von uns so ein bisschen parodiert. Guck, da springt das Ding auf einmal komisch. Davor war's ganz normal. Da musst du auf einmal wieder nach oben gehen, weil die Ansicht so blöd wechselt. Hä? Spannung? Hä? Mario? Du mich auch? Danke? Wie soll's ja auch von Mario? Lass man einfach schräg drüber springen. Da bin ich am schnellsten. Warte mal. Der hat keine Lust heute, ey. Also, also, heute, heute mag mich irgendwie gar nichts. Ich bin verdammt sauer! Äh! Ich würde sagen, nach den nächsten Aufnahmen splitten wir das Ganze, damit es weniger asynchron wird, weil... Es kam ja so manchmal vor, dass es am Ende so ein bisschen asynchron wurde. Das war keine 1 Stunde, ging's mehr. Sessions. Guck! Das meine ich. Da wechselt die Ansicht. Naja, das ist sehr interessant. Die Sprungphysiken. Wobei, die Sprungphysiken in Mario Galaxy sind sowieso generell sehr interessant. Weiß ich was, Herr Rosmash? Erzähl mal eine Geschichte, da kann ich mich konzentrieren. Wieso kannst du dich konzentrieren, wenn du die Geschichte erzählst? Erzähl mir die Geschichte! Da muss ich nicht reden, verstehst du? Ach so. Ach so. Ja gut. Also... Ja gut. Mir fällt nichts ein. Aber... Aber... Das scheint es hier gewesen zu sein. Erzähl doch mal, wie war dein Tag uns? Scheiße, wir schreiben morgen Latein. Ich verbinde mit Latein nur ungute. Ich kann nicht reden, was soll denn der Bullshit? Redet von Latein? Jetzt kann ich nicht mal Deutsch. Jetzt muss ich wieder freuen. Also wirklich. Ja. Also wirklich. Jetzt so ein Shrimp Crafter, der wird kommentieren. Ja. That just happened. Aber es ist immer in pink. Shame on me. Hilfe. Was ist das für eine Galaxie? Es ist nicht schwer, aber... Gemein! Das ist es. Lass halt mal ganz langsam lang gehen. Okay, gut. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja. In der Ruhe liegt wirklich die Kraft. Dann kriegst du aber ich hin. Hallo, hallo? Hallo? Tod? Ja, hallo Mario, Mario! Ich bin der Typ, der dir von Peach die Dinger gibt. Die Pilze und... Was? Die gibt es nur einmal täglich, glaube ich. Na. Stimmt. Da war ja was. Momentchen. Man könnte jetzt hier ganz geskillt... Ha. Wer jetzt irgendwas kriegt, wie ihr seht. Irgendwas. Und damit meine ich selbst lange Sprünge. Ach so, und jetzt laufen wir hier so entlang. Genau. Hier so. Mit so'n paar... Mit so'n paar skillig aussehenden Sprüngen. Und verkacken dabei. Also... Ich muss schon sagen... Also das Skill Level ist ja schon so over 9000. Das Skill Level. Das ist ziemlich traurig. Das Skill Level? Ja. Ja. Ich so, das Skill Level ist schon so... Schon so ziemlich traurig. Ach komm. Näh. Näh. Ich hätte auf der anderen Seite anfangen sollen. Fällt mir gerade so auf. Achja. Was gibt's Schöneres, als random game over zu gehen? Und dann einfach... Nichts. ...nochmal irgendwo hinlaufen zu müssen. Ah. Na. Einsprung hier. Einsprung da. Einsprung nochmal. Ich tu' nicht so gelangweilt. Es nervt. Ach, da ist der Loma. Mit dem rede ich jetzt. Ich komme jetzt wahrscheinlich total demotiviert vor. Aber das ist mir egal. Aber... Und ich würde sagen, jetzt nehmen wir die Biene. Denn die hatten wir gerade nicht. Ja, lass die Biene nehmen. Ja. Also jetzt wählen wir den Stern hier aus. Und essen unseren Lieblingspilz. Und müssen dann den bis am Ende machen. Die flotte Biene. Das finde ich jetzt so doof. Aber es ist mir egal. Weil mein Skill Level sowieso schon am... Am Ding ist. Am... Am Fischmaul. Wie ich jetzt auf Fischmaul komme, frag mich nicht. Mein Skill Level ist am Fischmaul. Merkt euch das einfach. Das ist auf jeden Fall ja das Spiel am Modus. Wie gut, da mögen mich jetzt zwar nicht mehr. Wobei, weißt du was? Ja, ja, ja. Ich dachte, die mögen mich! Tja. Ich liebe dieses Spiel gerade. Nein, nein, nein. Ich nehme jetzt den Blut von Aufer an. Nein! Was? Ich bin nicht angenervt. Ja? Ich meine... Da ist man schon mal wegen technischen Schwierigkeiten angenervt. Und dann bekommen wir solche Galaxien. Das ist ja... Die können natürlich was anderes machen. Aber nee, das will ich jetzt schaffen. Meine Ärgerheit ist geweckt. Und der wird auch so schnell nicht wieder einschlafen. Verdammt. Na, na, na! Hey, weißt du... Ich wollte dem Lichter ausweichen. Und dann bin ich gegen das Buh gestoßen. Na, so, wenigstens ist der schon mal weg. Kann mich nicht mehr nerven. Ein Problem weniger auf dieser Welt. Merkt euch, Kamiks töten ist immer gut, denn dann... Damit schafft ihr Probleme aus der Welt. Und zwar sind die richtig Relefanten. Also im Gegenteil von Irrelefanten. Und das steht. Also die Relefanten. Also ja, ich wollte mir was ich sagen wollte. Ich bin jetzt einfach spontan übermeldet mit der Grafik. Bin ich nicht mehr so sagen, weil... Nein, dich nehme ich dich mit. Ich prall jetzt an Wänden ab. Nein, nein, du leuchtest mich nicht an. So. Okay. Jetzt kommt die Hölle auf Erben. Äh, die Hölle im Weltraum. Warum sind wir jetzt auf einmal ganz außen? Keine Ahnung, fahre ich nicht. Wut, was? Was? Das würde ich jetzt nicht nachjagen. Doch! Hilfe, ich wäre fast drunter gefallen. Letztendlich bringt es mir doch eigentlich schon was. Wut, fahre ich. Eine Runde einfach so, sonst gedreht. Ja? Wieso nicht? So, wenn ich hier so stehen bleibe, dann müsste der doch eigentlich schon... Ha! 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 Spiel! Moment! Auffassen, dass ich nicht abrutsche. So, jetzt muss ich springen. Jetzt muss ich nochmal springen. Wow. Hata da! Was? Bitte? Was war das? Merlof. Nee, ich bin einfach in der Luft gefreezt. Also die Physik in dieser Galaxie ist verdammt seltsam, wollte ich mal anmerken. Aber echt. Guck mal. So, das war auch schon mal ein guter Zeitpunkt, um da drauf zu gehen. So. Warte, ich könnte ja hier nochmal... Ha! Get rekt. Get rekt Spiel! Get rekt! Und davon haben wir zu viele Leben gebraucht. Also shame on me! Nee, nicht und... Nicht und... Wobei, du hast auch nicht geschafft. Genau! Er ist schuld, er ist schuld. Nicht nicht, er ist schuld. Er ist einfach schuld, okay? Merkt euch, er ist schuld. Es ist äußerst peinlich. Ja, er ist... Oh! Sandstrom Galaxie! Ich mag dich nicht! Oh, Galaxie Komplett! Wer hätte das gedacht? Nein! Bist du? Das Wahnsinn! Das war mal wieder komplett random. Ja. So! Das war jetzt natürlich talentiert. Das war... Anti-Skill nennt man sowas. Okay, pass auf! Jetzt leitet ihr ein neues Wort. Anti-Skill. Das ist, wenn man das Gegenteil von Skill hat. So wie ich es im Moment euch gerade zeige. Also, wenn ihr euch so dumm anstellt, wie ich es hier tue, dann nennt man das Anti-Skill. Oh Jesus. Oder ihr schaut ein Video von Schirmcrafter. Entschuldigung Schirmcrafter, aber du musst es sowieso nicht mitbekommen. Weil du die Videos nicht guckst. Aber ich guck auch nicht deine Videos. Von dem her ist es nur wohl Schirmcrafter. Machen wir weiter mit der reifen OTA Galaxie! Die find ich eigentlich ganz nett. Naja, Piches haben wir zwei Rennen gemacht. Oder mehr oder weniger Rennen. Komm schon! Warum mögen die ganzen Leute wohl Mario Cars? Übrigens! Oh! Silbersternen! Im Wasser! Das erklärt sich ja! Ja? Das erklärt einiges! Oh! Yay! Wir dürfen auf den Baum klettern! Wow! Ganz toll! Wunderbar, also die Galaxie hat was! Die ist mal was komplett anderes! Finde ich ehrlich gesagt ganz gut! Sogar die Arbeit der Bienen haben wir heute frei! Yay! Ihr flotten Bienenchen, ihr! Bienenpilzchen! Nö, nö, ich hab sowieso nen Bienenpilz! Hallo? Mairo? Mairo! Hallo? Mairo! Danke, Mairo! Ich muss schon sagen! Etwas vorbei! Oder komisch! Komm ich oben hin? Ja, komm ich! Hallo? Kamira? Das gefällt mir jetzt! Ja? Es ist so ein bisschen, ähm... The Flow is Lava Prinzip im Moment! Ach, ich weiß noch! Ich hab mal mich gewundert! Hä, warum kann ich den nicht einsammeln? Hä? Der verfolgt mich aber schon! Ja? Das ist nicht schaffbar! Na ja! Also, The Flow is Lava Prinzip ist eigentlich ganz interessant! Und das obwohl der Flow hier Wasser ist! Und warum spreke ich schon wieder so, so verdammtes Denglisch? Ein Silberstern? Ich mein, ich... Ich mein, ich hätt ihn da drum gesehen! Mh! Oh, gerade Schlammteile! Woho! Hallo, ihr Pingu's! Hallo! Wer? Hallo, Pingu! Hallo! Hallo, Pingu! Ich hoffe, irgendwas ist... Hallo, Pingu! Hallo! Hallo, Pingu! Was? Ja, Silberstern! Komm schon! Ich weiß, dass du glücklich bist! Oh! Ah! Hey, du da! Hast du keinen Sternenteil? Ich bin Sternenteil! Kein Fehl! Kein Fehl! Kein Fehl! Ich komm schon! Du bist Sternenteil! Ich bin 40! Ich bin 40! Ich bin 40! Ich bin 45! Sooo! Dreh dich mal nur um! 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 Verdammt! Ich will es ja irgendwelche geben! Mh! Ah! Moment! Hier ist... So! Ha! 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 Einer fehlt! Einer fehlt! EINER FEHLT! EINER FEHLT! AHHHHH! AMK! AHHH! Ah! Ja, willst du! Ja, willst du! Ah! ICHTU! AHHHH! ECHTU! AHHHH! DO BÄN! Wir wollen auch auf der Welt! Wie sind das denn? Alles ist klar! Und dann wieder ein Ziehen lassen! Und setzt Du jetzt eine Galaxie hin! Oh nein! Moment mal! Hatten wir das nicht schon mal? doch so ziemlich ähnlich das hier ist ein geheimnis stellen wo man sich zuerst oh nee nicht so ganz mit dem unterschied dass hier ich müsste mich hier in trianguläre struktur bewegen hauptsache man packt irgendwelche fachworte aus die sich professionell anhören das weiß doch jeder nein 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 heute nicht heute nicht heute nicht eigentlich dass man hier wieder hat ohne biene wäre es nicht nur eine halbe qual sondern eine ganze qual so kurz 0,04 Sekunden gesp... Aber ach du Scheiße, was ist das? Oh, guck, bei der Silberstern! Ja, hey. Wie der Silberstern hat sich da einfach in den Stern reingepackt. Die wollten mal kuscheln. Nein, 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 nein. Wir wissen doch alle, wo sich der Silberstern das abgeschaut hat. Nee. Sorry, ich versteh gerade nicht, worauf du anspielst. All das war doch komplett klar, das war Corsario. Corsario, der hat sich da im Stern, der hängt überall mit rum. Stimmt, Corsario ist immer und überall, wer das Video nicht kennt, angucken. Glitch, please, Corsario, beziehungsweise, genau, Paper Mario 2 Glitch, please, angucken. Nicht von mir. Aber es gibt auch noch andere Leute, die gute Videos machen. Oh, Schattenkommel. Nein, irgendwie nicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein Rennen gegen den machen. Ich würde sagen, das machen wir noch. Das machen wir noch. Ja, 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 den machen wir noch. Den machen wir noch. Hallo? Ich meine, ich bin Schattenkommel. 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 Seitenbacher. Was? Seitenbacher. Alles klar. Ja? Überholen den Schatten. Seitenbacher. Ja, mir geht's gut. Nein, irgendwie nicht. Oh nein, Schattenmairo. Hallo, Schattenmairo. Wie sieht's verdächtig aus. Nehmen wir keinen roten Panzer. Ich bin nicht sehr schlau. Ich war hier gerade zu dumm, weil man kann hier nicht so einfach untertauchen. Es soll Vorhäufig mal vorkommen, dass du zu tun bist. Die Ringe nehmen, die Ringe nehmen. Du kommentierst. Oh. Oh Gott, oh Gott, das kann ja gar nicht so. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wisst ihr was? In so einem Fall gibt es nur eins zu tun. Nein. Du kannst dich nicht aus dem Ohr bringen. Doch kann ich. Also, ich erzähl euch mal eine Geschichte. Es gab mal einen Klempner. Dieser Klempner hieß Mario. Und da wurde ich der Sterbeste. Ja. Alles klar. Okay, wir sind gleich wieder Game Over. Also, Mensch. Das Spiel wird schwieriger. Es wird ja richtig schwierig, du. Das war gar nicht so schlecht. Ich konnte auf dem bisschen umhubsen und so ein bisschen Zeit einsparen. Denkt immer dran. Save the Frames, kill the animals. Save the Frames, kill the animals. Ja, der Games, der Quick Insider. Bei dem ich kämpfe, hat sich was zu schämen. Kenn ich nicht. Ich war auch da neben mir. Kenn ich nicht. Meine Ernst. Warum gehst du da jetzt hoch? Guck dir mal diese Pfeile an. Ja. Und? Hey. Hallo? WTF? Der saß drauf. Trotzdem eingesammelt. Jogrens nicht. Ich hab die Sterne. Ha, ha, ha. Schatten Mairu. Schatten Mairu. Ha, ha, ha. Versagt, Schatten Mairu. Versagt. Oh, wir haben 69. Jetzt haben wir 70 Sterne. Davor waren es 69. Wir haben 69 Sterne. Und eine ganze Münze gesammelt. Ja, das werde ich nochmal Punkt sein. Also hier, Applaus. Ja, da muss ich mir was helfen. Ich wollte mich gerade selber loben, aber das hast du angefangen zu setzen und zu stinken. Hast du keine Ahnung, wer das kommt? Egal. Fakt ist, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann Däumchen nach oben. Und Shrimp Crafter abonnieren, genau. Ja, bitte. Ja, Shrimp Crafter. Ja, grüne Daumen und so. Wie immer. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.